Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget, Leute! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Für heute habe ich uns erstmal ein erstaunlich starkes Tribal-Deck mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Viel Spaß! So, willkommen zur Deckübersicht von heute. Hier unser aktuelles Mühr-Deck. Das Deck ist wirklich viel stärker geworden als erwartet. Das liegt natürlich auch an der Mana Base, sollte ich sofort vorweg sagen. Aber ich musste mich hier einfach für eine komplett farblose Variante entscheiden. Dank einiger Reprints in Double Masters ist nämlich ein großer Teil der Einzelkarten super gut verfügbar. Und der aktuelle Einzelkartenwert liegt nur bei etwa 13 Euro. Ohne die Mana Base wäre das Deck natürlich noch ein bisschen preiswerter. Aber ich musste die Gelegenheit hier einfach mal nutzen. Falls ihr euch nicht groß für ein Mühr-Deck interessieren solltet, ein Set der Tron-Mana Base lohnt sich eigentlich immer in der Sammlung. Sobald wir jedes Land mindestens einmal im Spiel haben, gibt es eben den super starken Mana-Bonus. Jeder Turm tappt dann für drei farblose Mana und Kraftwerk und Mine tappen jeweils für zwei Mana. In Kombination mit vier Expedition-Map lassen sich dann immer die fehlenden Länder recht schnell aus dem Deck suchen und in einem komplett farblosen Deck ist der Mana-Vorteil natürlich super stark. Außerdem können wir noch viermal Radiant Fountain und zwei Tomb of the Spirit Dragon für Bonus-Lebenspunkte spielen. Agro-Match-Ups werden dadurch deutlich entspannter und das natürlich ohne damit Mana-Probleme zu bekommen. Zwei Ruinen runden die Mana-Base dann noch etwas ab. Im späteren Spielverlauf haben wir sowieso mehr als genug Mana. Da holen wir uns dann lieber noch ein Artefakt aus dem Friedhof zurück. Also insgesamt wirklich eine super super starke Mana-Base. Kommen wir zum eigentlichen Teil des Decks, unseren Mühr-Kreaturen. Im Optimalfall können wir schon im dritten Zug eine Mühr-Battlesphere ins Spiel bringen. Das ist halt super heftig. Pro Battlesphere gibt es immer noch vier Mühr-Spielsteine zusätzlich und in einem kompletten Mühr-Tribal-Deck ist die Battlesphere einfach der beste Finisher. Natürlich passiert das alles nicht immer sofort im dritten Zug. Wir sind aber wirklich gut vorbereitet. Im Ein- und Zwei-Manner-Bereich haben wir Mühr-Serviter und Mühr-Retriever. Beides Kreaturen, die ich tatsächlich auch schon außerhalb von Mühr-Decks verbaut habe. Die beiden sind einfach super gut, um Vorteil zu generieren. Sobald wir einen Mühr zweimal haben, können sie sich immer wieder gegenseitig aus dem Friedhof zurückholen. Und später werden aus den Retrievern dann in der Regel wieder Battlespheres. Also schon mal eine sehr starke Grundlage. Und im Drei-Manner-Bereich haben wir dann viermal den Palladium-Mühr. Also Mana hat das Deck wirklich mehr als genug. Dann noch viermal den Galvanizer, der Mühr-Lord, der für ein Mana nochmal alle anderen Mühr-Kreaturen enttappt. Das ist halt auch eine super starke Fähigkeit. Wir können immer angreifen und dann alle Kreaturen zur Verteidigung enttappen. Natürlich noch mehr Mana mit den Palladium-Mührs machen. Oder auch mal einen Bresquire enttappen, der uns mit seiner Fähigkeit umsonst Ausrüstungen an Kreaturen anlegen lässt. Die Fähigkeit kann man ja auch wie einen Spontanzauber benutzen. Das ist einfach ein extrem starker Effekt. Besonders wenn man Zugriff auf das Hammer-Paket hat. Kolossus-Hämmer für den massiven Plus-10-Plus-10-Bonus. Und Gloxodon-Warhammer für den Trampelschaden. Plus-3, Plus-0 und Lebensverknüpfung nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Aber so eine Mühr-Battles-4 mit beiden Hämmern ausgerüstet, das ist doch recht schwer aufzuhalten, würde ich sagen. Die letzten Kreaturen im Deck sind dann zwei Mühr-Enforcer mit 4-4 immer noch sehr solide Werte. Dank Affinity kriegen wir den Enforcer auch sehr preiswert ins Spiel. Und im Zweifel kann ja auch dieser Mühr den ein oder anderen Hammer tragen. Viel wichtiger finde ich da die letzten zwei Karten des Decks. Natürlich kann nicht jedes Spiel perfekt laufen. Unsere Gegner werden bestimmt auch Removal, Mass-Removal, Counterspells oder ähnliches spielen. Und dank dem Mühr-Speicher und dem Handelsposten können wir das ganze Mana, was wir produzieren, auch wirklich benutzen. Okay, gut, der Speicher macht selber auch nochmal Mana. Aber konstant Karten aus dem Friedhof auf die Hand zurückholen, das ist wirklich genau das, was wir hier zusätzlich noch haben möchten. Und der Handelsposten, ja, der kann eigentlich einmal alles. Besonders mit unseren Kreaturen aus dem 1- und 2-Mana-Bereich kann hier ohne Ende Vorteil gemacht werden. Wie ich finde, ein wirklich starkes Deck mit super netten Synergien, super interessanten Tricks. Am Ende nochmal die Engine für den Kartenvorteil. Starke Kreaturen bin ich wirklich Fan von. Aber wie immer gibt es natürlich auch ein, zwei Alternativen für das Deck. Das stärkste Upgrade wäre wohl das gute alte Skullclamp. Naja, Skullclamp ist in jedem Deck mit kleinen Kreaturen eine unfassbar starke Einzelkarte. Haben wir schon sehr oft drüber geredet. Hier mit Mühr-Servitor und Mühr-Retriever im Deck würde sich die Karte wirklich anbieten. Allerdings denke ich, dass wir mit der Tron-Mana-Base schon fast übertrieben haben. Und Skullclamp ist halt eine Karte, die ich eher nicht in Casual-Decks verbauen würde. Das Deck ist eigentlich schon so super, super stark. Für den Flavor kann man vielleicht noch die ein oder andere Mühr-Karte einbauen. Da gibt es wirklich einige Alternativen. Die Turbine hat mir persönlich sehr gut gefallen. Hat es auch fast in das Hauptdeck am Anfang geschafft. Zusätzlich Spielsteine und ein Tutor-Effekt sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Aber das Power-Level des Decks war halt schon so hoch. Die Mühr-Turbine wäre wirklich nur just for fun. Dann, ja, das waren auch erstmal alle Infos, die ich euch hier zu dem Deck mitgeben wollte. Leute, ich hoffe, das Video und das Deck haben euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt an den Daumen hoch. Lasst vielleicht ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wäre wirklich super, super nice von euch. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.